Ja, wir haben uns gedacht, für die Fans der VLN Fanpage bzw. für N-Ring Info, wir besuchen mal in der Winterpause ein paar Teams in der Nähe des Nürburgrings und sind dann natürlich auf den Johannes Scheidt zum Beispiel aufmerksam geworden, den jeder, ja, Nordschleifen-Fan, glaube ich, schon seit vielen, vielen Jahren hier auf der Nürburgring-Nordschleife kennt. In diesem Sinne, ja, danke erstmal Johannes für die Einladung hier in deine heiligen Hallen, sage ich mal. Wir sehen auch im Hintergrund schon dein Auto, aber bevor wir uns mit der Neuzeit befassen, einfach mal zum Einstieg. Wie ist es überhaupt bei dir, ja, wie ist diese Faszination zum Motorsport, wie ist sie bei dir entstanden, wie kam es überhaupt mal dazu? Ja, gut, man ist hierher im Ring aufgewachsen, geboren. Ich habe zwei Kilometer vom Nürburgring entfernt eine Lehre gemacht als Kfz-Händler. Da war man mittags schon immer oben am Nürburgring, früher auch Zuschauer immer oben auf Quiddebacher Höhe und da stand schon immer fest, irgendwann fährst du mal Autorennen. So ist das eigentlich dazu gekommen. Wie kam dann der erste Schritt, sage ich mal, von dir, dann wirklich mit dem Auto aktiv dann auf der Nürburgring-Nordschleife unterwegs zu sein, wie kam es dann dazu? Ja gut, der erste Schritt war gewesen, Slalom, Orientierungsfall, so hat man hier mal angefangen mit dem Motorsport. Dann, wo ich in der Lehre war, ich bin mit 15 Jahren schon allein mit dem Auto über den Nürburgring gefahren. Ich hatte damals einen guten Lehrmeister in die Selle von mir, der war sehr gut. Und da konnte ich auch schon mal allein mit dem in seinem Auto fahren. Und dann haben wir nachher hier mal probiert, einen Motorsport-Club zu machen. Und wir waren anfangs im AC Mayen, weil hier war kein Motorsport-Club. Und dann haben wir gesagt, hier muss was passieren. Wir waren mit drei Leuten. Dann hat sich hier den Zettel in der Tasche gesteckt. Dann sind wir jeden angesprochen. Hör mal, hast du Lust, dass wir einen Motorsport-Club hier machen? Hier unterschreibt, trage dich ein. So, und dann ist der MSA neu entstanden, der dieses Jahr auch 50-jähriges Jubiläum hat. Mit mir auch als Motorsport, da habe ich auch 50 Jahre dieses Jahr. So, und dann haben wir angefangen, mit den Gleichmäßigkeitsprüfungen zu fahren. Das waren früher alles 18-Runde-Veranstaltungen, was heute die RCN ist, so vergleichbar. Ja, und dann sind die aus der Rennen gekommen. Du hast auch gerade angesprochen, also mit dem Slalom wirklich angefangen. Dann kam die Rundstrecke dann. Das war wahrscheinlich auch für dich schon immer dann der Wunsch gewesen, auch natürlich dann hier auf der Nürburgring-Nordschleife, gerade bei der, ja, unweit von deiner Heimat quasi dann auch aktiv dann unterwegs zu sein, oder? Ja, klar, der Nürburgring stand im Vordergrund. Da wussten wir noch nicht, dass man irgendwo anders fährt. Wir haben ja auch die erste Veranstaltung, die alle hier gefahren. Das ist ja spät, in den, ja, Anfang 80er Jahre, wo ich dann Berg-Rundstrecke gefahren bin. Und da hatte ich schon Jahre, da habe ich ein Jahr mal mit 32 Veranstaltungen. Aber überwiegend hat sie alles hier am Nürburgring abgespielt. Und wer den Namen Johannes Scheidt jetzt kennt, der weiß auch, dass man, ja, dich eigentlich schon seit mehreren Jahren immer mit BMW als Marke verbindet. Was verbindet dich mit dieser bayerischen Marke? Ja, gut, ich muss sagen, ich habe angefangen, die erste genehmigungsrichtige Veranstaltung war mit einem 1800er BMW. Und dann habe ich nachher selber, das war mit dem Clubkamerad praktisch zusammengefahren, dann sind wir 2.2 TI gefahren. Dann habe ich ein 16.02 mir selber geholt, dann ein 2.2 TI. Das waren so die Jahre bis zum Langstrecken hin, sind wir da mitgefahren. Da haben wir alle möglichen Rennen mitgefahren. Und dann kam der Langstrecke-Pokal, den ich auch mitgegründet habe. Und anfangs war ich bei der ersten Rennen vom MSN, da war ich auch noch Rennleiter. Und dann wurden wir da aber zu teuer, mit so einem Auto zu fahren. Und dann ist ein Bekannte gekommen von Neuss, hat gesagt, weißt du was, wir geben dann, das war damals Auto Bianchi, war zuerst. Und dann bin ich nachher in den 90er, wann kam das, mit den E30. Dann habe ich selber damit wieder angefahren, von da an immer BMW. BMW war schon immer meins gewesen, aber nur damals, das wurde zu teuer. Mit so einem Auto zu fahren, das konnte ich nicht stemmen. Und deshalb bin ich auch im Prinzip, weil ich dann mit einem kleinen Auto auch gefahren bin, auch Meister geworden zweimal. Und deshalb bin ich auch so lange dabei gewesen, würde ich sagen. Sonst hätte ich es sehr wahrscheinlich nicht überstanden, wenn ich mit BMW anfangs, weil der Auto war schon ein bisschen teuer, von Reifen her und allem. Also so ein bisschen getreu dem Motto, einmal BMW, immer BMW. Ja, so und der BMW war immer schon meine Marke gewesen. Wenn ich dran denke, wie früher der Hubert Hane oben gefahren ist mit dem 1800er, dieser, das war schon, das haben wir schon imponiert, die Sache. Natürlich, wenn man auch zurückschaut mal auf deine vergangenen Jahre, du hast auch immer wieder zahlreiche Geschichten erlebt, viele Anekdoten und so, die du wahrscheinlich aus den letzten Jahren auch erzählen kannst. Uns ist mal aufgefallen, es gab mal ein Sieben-Stunden-Rennen. Ich sehe schon, du schmunzelt. Da hattest du mal eine brisante Begegnung mit einem VW Käfer. Was ist denn da genau passiert? Das war ja, das Sieben-Stunden-Rennen war ja das verkürzte Rennen nach der Öhrkrise. Das war ja früher 36 Stunden, die ich auch schon zweimal gefahre, habe einmal angekommen als Sieger, neun dem Gesamt. Und dann hat man das, hat man aber keine Teilnehmer mehr bekommen für die 36 Stunden. Dann hat man ein Sieben-Stunden-Rennen gemacht, aber da waren jede Menge Teilnehmer da. Da muss man sich wirklich qualifizieren und jede Klasse 4 und Auto so raus. Da bin man 2.2.di auch gefahren. Ich bin die erste Trainingsrunde gefahren. Die war schon gut, die hat für Stachplatz 2 ausgereiht, schon der starke Klasse. Aber die zweite Runde war eigentlich besser, bis auf kurz vor 8. Da war einmal so ein, Gruppe 2 war da damals, ein Käfer vor mir. Auch da dachte ich, jeder wird da unten runterlaufen. Die konnten ja schon mit Slick fahren, wir fuhren ja noch mit Kürtreife damals. Aber trotzdem hing ich hinter dem. Und ich habe diese, früher war ja ein bisschen giftig, aber ich muss sagen, ich habe nicht berührt. Das war eigentlich auch ein Wunder. Normal hätte ich mir Platz verschaffen. Und dann ist der Wippermann rausgeflogen. Och, da habe ich gedacht, du bist weg. Und dann hat es irgendwann einen Knall gegeben. Da hat der mir mit dem Vorderrad um das Dach hängen gebläst. Der ist zurückgeschlagen von einem Zaun, Böschung. Und ist genauso schräg mit Schnauze in die Türe rein. Die Türe war in U. Ich bin hinter der Kuppe, Richtung Bründchen, aus dem Auto rausgesprungen. Aber da kamen die anderen Autos schon angeflogen, weil jeder musste sich ja qualifizieren, jeder hatte ja Angst. Und da rief der Posten, ob ich noch könnte weiterfahren. Ah, da bin ich wieder in das Auto rein, weil ich habe zuerst im Moment gedacht, eine Granate ist eingeschlagen. Hat die nicht mit dem Käfer gerechnet. Bin dann weiter zu Stachem-Ziel hoch. Dann kam der Rennleiter, das war damals der Ali Schatz, Bekannte. Und der kam direkt zu mir. Ich war am Schimpfen, dass der nicht auf die blaue Fagge geachtet hat. Und da hat er mich am Arm gepackt, wie jeden Mordwürste Monkodoktor. Ich hatte nicht gemerkt, das ganze Gesicht war vor Blut, weil die Glassplitter stachen da drin. Und ich war da noch mit den Händen drin, hatte damals noch einen weißen Gastronanzug. Der sah auch nicht gerade mehr schön aus mit Blut. Aber das haben wir alles gar nicht gemerkt. Da sind wir nach dem Zielhaus. Und der Leiter vom Roten Kreuz erkannte ich gut. Ich sagte, Herr Hummel, die Glassplitter raus. Und dann kam ein Arzt und da muss mir untersucht werden. Und ja, alles okay. Jetzt mussten wir, weil das Auto ist, dann rüber zum Martini, war ja in der Tribüne. Da haben die Jungs die Türe gerichtet. Vorne war die Scheibe kaputt, Seite, Scheibe auch kaputt. Da haben die vorne so gesehen, dass sie die Scheibe reinbekamen. Jetzt musste der andere ja noch fahren. Der hatte noch keine Runde hinter sich. Und der fällt unten beruht über der Ampel. Da war ja ausgangsbox, der erste die Ampel. Und da stand wieder mein Freund Ali Schatz, der Rennleiter. Und dann hieß es, der Fahrer, der stach nun mal sowieso in Stachenziel aus. Ja gut, der war im Fahrer, in Stachenziel aus. Sag ich, was ist denn los? Da hat er mich angemacht. Fahrt nicht mehr. Ich sag, was ist denn los? Ja, bin ich überhaupt für... Ich sag, ich nicht, ich stehe hier. Ja, er sagt, er hätte schon mal Unfälle gehabt. Er hat den Fahrer gelassen, er konnte auf eine Beerdigung hier. Sag ich, Ali, ich bin derjenige, der den Unfall hatte. Ich sag, das ist ein bisschen hektik. Na ja, dann sagt er, okay, mal gucken, was die Zeitnahme sagt. Oh, meine Frau, die kannte sich ja damals auch schon gut aus. Die Dreck hoch. Was namens Pauli hieß der, der die Zeitnahme lange Jahre gemacht hatte. Ja, Zweite. Und das hat uns ja erreicht. Ich weiß nicht, wie viele Autos damals so eine Klasse waren. Und dann kam, ja, die waren ja viel mehr wie zurück. Da kam der von der Abnahme an. Das war der Hans Münch. Ich sag, Enzi, hast was hier in das Auto? Och ne, wenn du noch ein Spiegel da dran machst. Das hat man noch nicht gesehen, dass die Spiegel da dran waren. Wir konnten keine Fahrerwechsel über die Seite machen. Weil die Türe, die haben wir nachher müssen aufflexen. Die war zu jemand. Hat an der Seite keine Scheiben drin. Vorne, die war jetzt drin. Und dann war Startaufstellung auf der Döttinger Höhe. Und da muss ich sagen, da sind einige Fahrer zu mir hingekommen. Ich hatte damals nur einen offenen Helm. Wollte mir Helm leihen. Also dachten, da zieht es und alles Mögliche. Ne, ich sag, ich hab bis hierhin nicht gemerkt, das geht. So, und dann bin ich auch direkt stark gefahren. Und bin im Prinzip von einer 5 Stunde 7 gefahren. Dann hatten wir nicht nur die Klasse, sondern auch die Wettungsgruppen sehen. Dann mussten wir vorne ans Zielhaus hin. Und als ich da reinkam, da kamen alle Schatz zu mir und sagten, weißt du was, du kriegst solch ein Fault hingeschlagen. Von mir hatte ich Spaß, da haben wir das geschafft haben. Das war im Prinzip, war, ja, im Nachhinein war das okay, alles. Aber das hat ja auch schief können, die ganze Sache. Definitiv. Also auf jeden Fall ein Rennen, was dir sicherlich immer im Gedächtnis bleiben wird. Ein sehr, sehr emotionales Rennen vor allen Dingen dann auch im Nachhinein. Gab es denn auch in deiner langen Historie jetzt noch irgendwie sonst noch spezielle Momente? Natürlich gab es viele, aber gab es noch einen Moment, wo du dir sagst, boah, das war jetzt noch ein wesentlicher Schritt oder das war vielleicht ein großer Erfolg oder so. Der, der immer in Erinnerung bleibt, sicherlich auch die Gesamtsiege, denke ich, beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ja gut, die Gesamtsiege, die zwei bei der 24-Stunden-Stunde schon und die fünf Meistertitel auf der langen Strecke, da hatte ich schon was, da man keine mehr so schnell wegnehmen kann. Und ja gut, gab es immer wieder Momente, dann haben wir mal die Unsrück-Eifer-Rallye gefahren, das war glaube ich 1972 mit dem 16.02. Dann hat es plötzlich Schnee gegeben. Da war in Koblenz zwar stark gewesen, früher gab es hier noch Spikes, M&S mit Spikes, hat ihren Satz und hatte nur einen Satz Jürtreifen. Wie gesagt, wir durften früher in den Serienfahrzeugen, da waren noch keine Rennraufen zugelassen. Und ich hatte aber kein Geld mehr für einen Satz M&S zu kaufen, im Nürburgring durfst du keine Spikes fahren. So und da war beim Mayen, ich weiß nicht, es waren ein oder zwei Sonderprüfungen, da war ich das absolut Schnellste. Da fuhr damals ein Dieter Kern mit, mit dem Renaud Alpin, der in dem Jahr Bergmeister geworden ist, Helmut Döring, da waren schon richtige Spezialisten dabei, mit 22.TI und ich mit dem 16.02. Dann wurde der Nürburgring zweimal Fausch herumgefahren mit Südschleife. So und da habe ich dem Dieter Kern, ich glaube eine Runde, zwei Minuten abgeholt. Das war schon und dann, ich glaube die erste oder zweite Runde, weil die Bergwerkerunde, vergesse ich nie im Leben, mit 170, bei Schnee mit Juchtereife. Und wollte die Bergwerkerwe anbremsen, das ging ja nun mal gar nicht. Und da standen hat jede Menge Auto, gerade in der Leihplanke. Ich habe nur eine gesehen, der war Pieper, der ist mit dem Bohnenfeld gefahren, aber da habe ich vor Jahren noch mal getroffen, da erzählt er immer wieder, der hat sich rückwärts die Böschung runterfliehen lassen, als unter dem Bachelet. Und da habe ich nicht da rein, habe ich das Auto in den Drehen gebracht, mit der Handbremse, mit 160, 170. So und da standen wir unten in der Bergwerkskurve, mussten anschieben, damit wir weiterkamen, so glatt war das. Und dann hat der mit mir gefahren, der hat den Kofferraumdeckel aufgemacht, wo er am Rollen war, und hat sich hinten auf die Kante reingesetzt. Und in Breitschaft war ZK. Bis dahin hat er da drin gelesen. Und trotzdem zwei Minuten schneller pro Runde. Dann kamen nachher noch ein paar Sonderprüfungen, Beresborn sagen, wie die Alice da war, der war trocken gewesen. Und richtig Bergstrecke. Dann bin ich nachher zurückgefahren auf den dritten Platz, mit dem 16.02 war schon. Eine Leistung, ich vergesse nie, wie der Ali Schatz war auch da wieder, Fahrtleiter, aber Ali ist ja der Fahrtleiter. Und sagte bei der Siegung, entweder hätte ich eine Abkürzung gekannt oder so, und Herzog stand da vorne. Das waren auch so Momente, die vergisst du auch nicht schnell. Also auf jeden Fall sehr, sehr viele spezielle Momente. Ich habe auch eben kurz mit dir schon angesprochen, die Jahre mit dem Eifelblitz, mit dem Gesamtsiegen beim 24-Stunden-Rennen, auch am Nürburgring. Viele Leute wissen es, aber der ein oder andere vielleicht noch nicht. Wie kam es überhaupt zu dem Namen Eifelblitz? Von wem stammt er und wie ist das Ganze entstanden? So, das ist ganz schnell erzählt. Da ist die Sabine Schmitz mit mir, damals REC, jetzt Schmitz, wenn die Schmitz mehr bekannt ist. Und die ist mit mir gefahren, sie war Werksfahrerin bei BMW. Und wir hatten damals den E36, der war weiß, keine Werbung drauf, war keine Sponsore da. Da habe ich irgendwann gesagt, ich sage, Sabine, du kannst doch gut zeichnen. Das ist eine excellente Rennfahrerin, das ist auch eine gute Zeichnerin noch. Ich sage, lass dir mal was einfallen, dass das Auto nicht so nackt ist. Ja, dann hat sie dann Grün, war halt gerade gesagt, und dann die Nürburgring, drauf gezeichnet, hatten wir ja lange. Und dann Eifelblitz, das ist im Prinzip, der Name ist im Prinzip von der Sabine so entstanden und das haben wir dann so beibehalten. Mittlerweile ist der Name sogar geschützt, darf ihn keiner nehmen. Der Name auf jeden Fall Programm und man sieht auch, wenn man an der Nordschleife immer wieder die Fans befragt, der Eifelblitz hat halt eine Tradition da oben. Wie hast du diese Fanliebe, sage ich mal, mit dem M3 oder jetzt auch mit deinem neueren Auto? Wie hast du es erlebt draußen, auch diese Fanbegeisterung wirklich für diesen Eifelblitz über die Jahre? Ja gut, die Leute sind halt stark interessiert da dran und wenn sie oben vorbeikommen, ich stehe auch, wenn es geht, rede und antwort zu den Leuten und dann mögen die auch, dann muss man es nicht einfach so immer rande lässt. Und dadurch ist das vielleicht so entstanden, da ich die Fans auch so wirklich als Fans betrachte. Was auf jeden Fall auch sehr wichtig ist und ich denke, die Fans geben es dann auch wieder zurück und sind einfach mit Begeisterung da oben am Nürburgring, bei der VLN und auch beim Eifelblitz dabei. Auf jeden Fall, ich sehe das immer, wenn sie so schreiben und alles mögliche, wo wir damals Unfälle hatten, da wollen sie eine Spendeaktion machen und alles mögliche. Es ist schon rührend gewesen, wie sie so dazu gestanden haben oder noch stehen. Es gibt ja auch so zahlreiche Fanprojekte, die rund um die VLN initiiert worden sind. Ich denke jetzt auch mal an unser Card-Event zum Beispiel oder auch viele andere Veranstaltungen auch. Ist das auch noch so ein spezieller Punkt, vielleicht der die VLN so ein bisschen einzigartig macht? Wie stehst du dazu? Könntest du dir das überhaupt, also ich kann es mir weniger vorstellen, vielleicht in anderen Rennserien, dass diese familiäre Aspekt vielleicht auch noch eine sehr, sehr große Rolle dabei spielt, oder? Ja, ich glaube, die gibt es doch nur hier am Nürburgring bei der VLN. Die gibt es doch nicht irgendwo anders. Hier sind die Fans, die sind ständig da und alles Mögliche. Und da muss man auch für die was machen. Da bin ich auch immer bereit, obwohl ich letztes Jahr gesagt habe, ich sage, bitte tu mir auch mal ein bisschen verschonen, wenn die irgendwie eine brauchte für Taxifahrt. Ich habe letztes Jahr so viel Taxifahrt gemacht, aber nur auf meine Kappe immer, weil da irgendwo kamen die an, da war das mit dem Speichertest, da bin ich auch immer direkt dabei, oder für Streckeposten, da gibt es keine Tour, dann haben sie auf einmal da wieder, dass welche abgesprungen waren von Teams. Ja, da sage ich, komm, schickt. Nur habe ich gesagt, tu mir auch mal ein bisschen verschonen, ist schon nicht gerade billig. Man muss ja da immer für zahlen und alles. Und ich mache es ja immer so, die Leute, ich mache es ja auch gerne, so ist es auch nicht. Aber nur, da müssen wir dann trotzdem, das Auto kriegt Laufleistung mit zwei Leuten. Und ich habe früher nie irgendwie ein zweites Sitz in ein Rennauto reingepackt, weil ich das nicht wollte. Ich habe gesagt, das ist ein Rennauto und kein Taxi. Man hätte ja auch ein bisschen Geld können mitmachen, habe ich nie gemacht. Und jetzt habe ich letztes Jahr so viel Taxifahrt, wie ich glaube, die ganze Zeit vorher nicht. Aber ich habe es gerne gemacht. Und ich sage, für die Fans, für gute Zwecke und alles Mögliche. Genau, wenn man fragt, kannst du das Auto da hinbringen, hat ja auch keine Diskussion gegeben. Das mache ich schon immer, egal was ist. Ich glaube, die Taxigäste, denen hat es auch gut gefallen. Auch den ganzen Fans, auch uns damals, wo du auch das Auto zum Beispiel nach Eupen gebracht hast oder auch zum N-Ring Info 4 Stunden Rennen, da stand es auch schon mal als Ausstellungsfahrzeug. Also ich denke, die Fans freuen sich auch jedes Mal, den Eifelblitz dann zu sehen.